You need to know that I'm a riot You need to know that I'm a riot You need to know that I'm a riot Tonight we gonna set the streets on fire Ich sehe, dass ihr so Spaß dran habt Und ja, auch vielen Dank fürs Mitfiebern bei der letzten Folge Das war ja ein kleines Abenteuer, was ich da losgelegt habe Und immer natürlich auch weiterhin für die ganzen Tipps und Tricks Die wir immer noch wieder reinbekommen Die mir natürlich nochmal weiterhelfen Hier im Spiel weiter voranzukommen, ein bisschen dazuzulernen Und vielleicht in den kommenden Folgen weniger Scheiße zu bauen Obwohl das ja irgendwie der lustige Teil ist Also muss ja eigentlich sein Ja, letztes Mal haben wir den Sumpf auch offiziell abgeschlossen Der ist jetzt erstmal fertig Wir haben eine Werkstatt noch nicht abgeschlossen Die müssen wir noch machen Aber ich will jetzt erstmal zur nächsten Map Nämlich die Insel erwartet uns Und ja, da möchte ich auf jeden Fall loslegen Und das werden wir heute machen im Gelegenheitsspiel So ist es ein bisschen weiter Abschließend um einen weiteren Forschungspunkt zu halten Ach, die kenne ich auch schon, die Küste theoretisch Ah, okay Ja, würde ich sagen, wir machen aber die Insel im Gelegenheitsspiel Machen wir mal wieder, wie normal Wir legen mal dann los Und ja, mal gucken Ich denke, man hat es wieder Holzfohlen angesagt Und schauen wir einfach mal Ach, warte mal, wir gehen nochmal kurz raus Theoretisch hätte ich mir einen neuen Truck direkt holen können Warte mal kurz, verlassen Äh, nein, das ist nicht Hauptmenü, sorry Ja, weil theoretisch können wir doch Theoretisch mit Punkten können wir uns doch Trucks freischalten, oder? Startfahrzeuge, genau Da kann ich ja theoretisch Ah, theoretisch kann ich mir jetzt hier wirklich die Trucks entern Das ist natürlich cool Ich habe noch keine Ahnung, was gut ist Was haben wir denn alles? Wir haben noch gar nicht so viel Das sind eigentlich die Trucks, die wir sonst auch hatten Das ist ja gut Drei Gleichgewichtspunkte Drei Gleichgewichtspunkte Ich glaube, wir nehmen mal den einfach mal mit Wir nehmen den einfach mal mit Und den, oder haben wir zweimal den? Ist egal, wir nehmen die einfach mit Keine Ahnung Ich, da blick, da blick ich noch nicht durch Ähm Wir starten mal kurz ein neues Spiel So, dann sind die auch nämlich drin Und wir werden auch mal wegen Mods gucken Da werde ich aber mal bald gucken So, jetzt haben wir den hier mal drin Ich weiß nicht, ob da was taugt So, was ist denn das Ziel? Liefere acht Belangspunkte an jedes, jedes Sägewerk Aha, da haben wir ein bisschen mehr zu tun Wir haben nämlich zwei Sägewerke Die beliefern Ach du Scheiße Da haben wir ein bisschen was zu tun Äh, wir haben das Sägewerk Das muss beliefert werden Und wollen wir noch eins? Wo ist denn noch eins? Ist noch nicht entdeckt Warte, Säge Sägewerk Ah, und direkt vor uns ist eins Okay Blockstelle ist offen Okay Das wäre interessant Wir werden erstmal die Map heute ein bisschen erkunden müssen Auf jeden Fall Weil, ja, wir haben ein bisschen was zu tun Ähm Weil wir ein bisschen was hier rumschauen müssen Und da haben wir ein Sägewerk Das haben wir beobachten Da haben wir eine Tankstelle und Werkstatt Und eine Holzstation Also theoretisch lohnt es sich als erstes da hochzufahren Hier haben wir auch noch eine Holzstation Ähm Beobachtungspunkte haben wir hier oben Ich würde fast sagen Wir fahren mit dem Truck erstmal den Weg hier lang Wir fahren mit dem Truck Ich kann auch mit dem Jeep fahren Aber ich fahre jetzt erstmal mit dem Truck Den Jeep können wir immer noch holen Ähm Und hier oben zur Tankstelle Beobachtungspunkt Abklappbahn Holzstation Genau So würde ich das sagen Acht Punkte an jedes Sägewerk Alter Da haben wir ein bisschen was zu tun Auf jeden Fall auf der Karte Ähm So wir können theoretisch einen Holzauflieger machen Lange Holzanhänger haben wir nicht verfügbar Ladefläche können wir theoretisch machen Ähm Wird benötigt um mittlere Holzanhänger Äh Keine Ahnung tragen Damit Okay Wird ein mittlerer Holzanhänger Lange Holzanhänger zu machen Kurzanholzanhänger Der kann kurz Der kann kurz halt so tragen Theoretisch Also theoretisch brauchen wir da Ja wir müssen ja acht Punkte holen Deswegen macht es eigentlich nicht wieder so zu Sinn Wie wir das letzte Mal gemacht haben Zum Beispiel das letzte Mal Ganz gut mit gelangten Gefahren eigentlich Ersatzrad packen wir auf jeden Fall drauf Das nehme ich sowieso immer jetzt mit Da kommt mir gar nicht mehr drum herum Holzauflieger packen wir dran Mittlere Stänge Ah ne warte mal Kann Nahrung tragen Da können wir langen Holz wieder tragen ne Alter ich will ja gar nicht so einen Riesen Kann ich da mittlere Holzanhänger Der kann auch schon langen Holz Mehrzweckanhänger Ne der kann nicht Da mit können wir vier Genau den haben wir letztes Mal auch gehabt Den werden wir auch wieder nehmen Da fahren wir zweimal Das ist vollkommen okay Äh Weil der ist von der Ladung Von der Länge halt in Ordnung Weil ich hab keinen Bock Einen riesig langen Hänger hinten dran zu haben Das ist ein bisschen kacke So Wir machen uns mal ne Route Ähm Die wir fahren wollen Ich würde denke ich sagen Fahren wir am Sägewerk vorbei Ich glaub schon ne Wir fahren mal hier rein Oder fahren wir bis hier hin Wir fahren mal Sägewerk So Dann fahren wir hier Genau ne Das sieht Erstmal sieht die Hauptstraße Extremst chillig aus Ich bin mal gespannt Ob das wirklich so ist Wir fahren einfach mal drauf los Wir fahren einfach mal drauf los Und schauen mal Wie gesagt Ich hab keine Ahnung Die Insel ist ja jetzt eine neue Karte Die wir jetzt hier machen Dementsprechend wird das auch wieder Ein kleines Abenteuer Weil wir jetzt erstmal alles entdecken müssen Und ich bin sehr gespannt Was uns da erwartet Also dass wir uns gleich auf dem Start Direkt festfahren So wie es aussieht Ich hätte doch mal einfach rechts rumfahren sollen Oh bitte Ich fahr mich jetzt nicht direkt zu Das wäre der Hammer Alter Direkt zum Start ist mal schön Genau da festfahren Aber wenn wir jetzt samt hier durch Dann dürfte es gehen So Wir haben ja noch zwei LKW Noch ein LKW und ein Jeep Da hinten Also erstmal alles gut Wie gesagt Wir müssen erstmal alles entdecken Wir haben ein bisschen was zu tun Ein paar LKWs sind ja auch hier Oh da oben ist ein schöner Berg wo hier Oben sieht er Das ist glaubt ein Berg oder Sieht zumindest danach aus So warte mal Ich will mal ganz kurz gucken Also warte mal Wo haben wir denn Sachen zu entdecken überhaupt Haben wir aber Fahrzeuge zu entdecken hier Ich glaub nicht ne Fahrzeuge haben wir diesmal hier keine Ne Da sind keine Wir haben also nur die drei Die wir haben Also so sehe ich das zumindest Ja Wir fahren eh da hoch Wir fahren heute eh hoch zur Werkstatt Beobachtungsbund einsam Vielleicht auch schon Holz holen Gucken wir mal Hier ist das Sägewerk Wie gesagt fahren wir erstmal vorbei Ich will nur mal kurz gucken Wie das hier so aufgebaut ist Damit ich so einen leichten Überblick hab Über alles Und ich wurde auch nochmal aufgeklebt Mit dem ersten Gang Der 1 plus Gang Der ist nur nutzbar Wenn man halt schon fährt Ich weiß nicht warum Leute mir dann gesagt haben Nutze den mal zum Anfahren Ich stand halt dann doof Wie ein Trottel da Und hab's aufs Spiel geschoben Natürlich ist es nicht Das Spiel schuld Krass wir haben Asphalt Das sieht ja voll harmlos aus Da können wir ja Diffsperren und alle raus machen Gucken wir ja normal fahren Da sparen wir uns mal Sprit ein bisschen Das ist Asphalt Das ist Asphalt ne Also bisschen Also ist ein bisschen Dreck drauf Aber Man sieht es ist das normale Asphalt Schicht Ah da kommen wir nicht durch Kann das sein Warte schon Plakate ist offen Blockstelle ist offen Komm ich da direkt durch Oder muss ich Trucks ohne Holzladung dürfen Ach Okay warte mal Dürfen auf Trucks ohne Holzladung nur zurück Weil wenn das der Fall ist Dann haben wir nämlich Ach du Kacke Weil ich dachte so Oh ja hinfahren Holz zurückbringen Hinfahren Holz zurückbringen Aber anscheinend muss ich mir zurück Dann mal eine andere Route noch suchen Weil Ja wir dürfen anscheinend Warte wir fahren mal erstmal durch Und dann gucken wir mal Ob wir dann Wenn wir zurückfahren würden Ob wir uns sagt Ob da auch schon steht Nur mit Holz dürfen Ohne Holz dürfen durch Weil in dem Fall müssen wir uns dann Ja eine andere Route Ah das Ich hab schon Ich hab mir schon gedacht Ja da kommt nämlich Einfach durch Seht da Ich hab mir schon gedacht Dass da irgendwo ein Knackpunkt bei ist Ja Blockstelle ist Okay wir dürfen Wenn wir Sehen wir gleich Wenn wir Holz drauf haben müssen Nämlich dann stehen Dass wir da nicht mehr durch dürfen Okay okay Ja da ist der Trick Der Trick ja bei der Sache Ich dachte mir schon Irgendwo dass da irgendwo Ein Haken sein muss Wir können auch nicht so leicht Holz durchbringen Das wäre ja viel zu leicht Für die zweite Map Oh Die Straße ist nicht mehr So locker wie ich gedacht habe Wenn wir uns schön mal kurz Ausfalt gehabt Das hat sich jetzt auch schon Erledigt An sich sind die Wege hier Auf jeden Fall schon mal härter Als beim Sumpf Aber die sind schon mal An sich extrem Und eben zum Start weg Alter Boah Ich weiß gar nicht Ob das so ein guter Start Schock war Den wir haben Ich habe keine Ahnung Ob der gut ist Wie gesagt Hat man einfach mal genommen Weil ich glaube Hat mir die letzte Letzte Mal Ich weiß es gar nicht Bin mir nicht sicher Mit 14 Da möchte ich jetzt Ungern eigentlich durchfahren Da ist noch ein Nebenweg Theorisch so ein paar Wege Müssen wir eigentlich mal Die ganze Beobachtung Hier und da müssen wir Vielleicht mal mit dem Jeep Abfahren Weil solche Wege Fahre ich nicht mit dem LKW Unbedingt Einfach auf dem Glück Mit dem Jeep Komme ich überall Noch irgendwo durch Sonst ziehe ich mich Da mit der Winde raus Mit dem LKW Wird es allein wegen Gewicht auf Dauer dann schwer So Genau Werkstatt und Tankstelle Sind geradeaus weiter Ja da vorne kommst Boah das ist jetzt hier Eine böse Pfütze Weil danach direkt Gesteigen kommt Ich versuche mal jetzt Hier rechts vorbeizukommen Irgendwie ein bisschen Ich will ein bisschen Mehr Traktionen noch haben Ja das war sogar ganz gut Ja wir haben noch Eine weitere Werkstatt Hier haben wir natürlich Nicht offen Irgendwo ist hier vorne Auch eine Tankstelle Ist die da vorne Ich fahre jetzt mal Hier gerade rein Ob wir den Beobachtungspunkt Auch finden Tankstelle nehme ich natürlich Mit alleine Um eben Die Wagen aufzubauen Gesperrt Kann ich die denn Unlocken jetzt irgendwie schon Oder geht das noch nicht Wären Werkstattpunkte Okay Haben wir nicht Okay Entschuldigung Kurz mal niesen So Wir haben da vorne Beobachtungspunkt Da fahren wir jetzt mal kurz noch hin Dann sehe ich hier schon mal Ein bisschen mehr Dann fahren wir auf den Rückweg Vorm Beobachtungspunkt Zur Tankstelle Da fahren wir gleich hin Wenn wir vom Beobachtungspunkt Zurückkommt Der ist nämlich direkt hier vorne Da kommen wir entspannt hin Hier ist hier an der Inselspitze Anscheinend Oh So locker kommen wir da nicht Ich muss da ein bisschen aufpassen Jetzt gleich Weil sonst machen wir auch nicht Abhängig die Klippe hier runter Aber jetzt sind wir ins Wasser Fahren wir dann einfach nur Das ist keine Klippe Es sah so aus Es wäre da voll der Abgrund Aber Ja auf jeden Fall ist hier trotzdem Das Meer Hier ist die Insel hier heute Wir sind gerade am Strand Das ist ein bisschen wie Urlaub Ein bisschen mit Arbeit verbunden Aber sonst ist das wie Urlaub So Was hat er denn alles aufgedeckt? Wow Das bringt mir so überhaupt gar nichts Krass Okay Ähm Wir fahren Zur Tankstelle Dann fahren wir zur Holzstation Und holen uns Holz Da müssen wir mal gucken Wie war das ab Obwohl theoretisch muss ich da noch Gar kein Holz holen Weil theoretisch muss ich sowieso Hier lang fahren Hier Stammausgabe In der Holzstation Da kriege ich Holz Okay Kann ich mit Stimmen Auch direkt LKW beladen Das weiß ich gerade gar nicht Ja wir holen hier vorne Holz Und dann fahren wir irgendwie hier lang Zu Beobachtungspunkt Weil den muss ich haben Weil sonst ich weiß wo ich langfahre Und wir müssen hier auf diese Straße zurückkommen Weil hier dürfen wir nicht durch Also schätze ich mal Wir werden es mal probieren Also ich werde nicht Auf das Gate zufahren Wenn wir Holz drauf haben Wird mir das Spiel höchstreich gleich sagen Ach du hast Holz drauf Du darfst nicht mehr Wie die riechen jetzt hier am Bett Dann fahren wir den Weg hier einfach mal lang Komm Fangen wir mal an Kleinen Strand Kleinen Strandspaziergang im LKW Kann man ja mal machen oder? Können wir ruhig mal machen hier Ist auch sehr fester Sand Muss ich mal sagen Also im Verhältnis zu sonst Kommen wir hier echt gut durch Braucht ich Diffspannung in Allrad überhaupt? Nö, glaub ich nicht, ne? Ja, kommen wir so durch Guck mal her Sparen wir uns ein bisschen Sprit Solche Situationen Dann immer mal wieder umschalten Was an sich nur ohne die Spritverschwendung ist Guck mal, dass hier Zur Tankstelle Ah, fuck Irgendwo habe ich nicht gerade festgefahren Hallo So ein Kackstein Ist das dein Ernst, LKW? Ehrlich, jetzt komm da rüber Ah, fuck Wir haben einen Stein unter dem LKW Das ist natürlich nicht so geil Den habe ich nicht gesehen Da fahre ich natürlich die ganze drauf Da kann ich noch so sehr ziehen So, das geht doch schon viel Hallo, viel besser, habe ich gesagt Danke So, wir können jetzt gucken Wie komme ich jetzt zur Tankstelle Wir fahren jetzt mal in die Werkstatt Wieder Richtung Oder kommen wir hier links durch Hier komme ich irgendwie durch Na ja, ja, das geht schon Fangen wir hier durch Wir wollen jetzt erst zur Tankstelle tanken Und dann fahren wir mal zu dem Holzausgabe-Ding Beziehungsweise zum Beobachtungspunkt auch So, hier ist die Werkstatt Tankstelle Wie komme ich denn da am besten hin? Hier vorne müssen wir rein Na ja, kommen wir hier nochmal lang So Na ja, kann ich immer noch nicht freistellen Weiß ich, danke Tanken wir den einmal voll Und dann gucken wir mal weiter So, der ist voll, der Kollege So, jetzt gucken wir mal Wir wollen nämlich Wir fahren auf diese Straße hier Ja, da müssen wir mal gucken Ich habe keiner, wo die hinführt Wir fahren da In die Straße Die ich erstmal überhaupt rein Das ist so das Ziel Da fahren wir jetzt erstmal hin Und dann schauen wir mal Wo die uns hinführt Ich habe keinen Plan Wie gesagt Wir haben da noch Keine Keine Übersicht Aber wir haben jetzt schon ein bisschen mehr Erfahrung Das ist ja schon mal ganz gut Wir gehen ja nicht komplett Blauäugig da dran Ist blauäugig? Ich weiß gar nicht Das ist tiefes Wasser hier Ey, kein Scheiß Der Sumpf war ja harmlos Was die Straßen angeht Das ist ja hier echt der Shit Guck ich nicht mal die Wege an Die sind zwar saubreit Aber einfach Bestehen einfach nur aus Matsch Fand ich die Asphaltstraße Am Anfang dachte ich so Geil, Asphalt Kannst du voll durchflügen Und dann kommt das hier wieder Ja, das Spiel kriegt dich, ne Das verarscht dich immer, wenn es kann So, jetzt fahre ich jetzt mal wie gesagt Ach, das ist schon der Punkt hier Okay Ja, ich fahre jetzt mal weiter Weil irgendwann müssen wir rechts Dann gibt es eine Beobachtung Ja, mehr entdecke ich hier noch nicht Fahren wir einfach mal drauf los Wir fahren hier auf jeden Fall In Richtung Holzstation Das ist schon mal nicht verkehrt Hallo Wenn wir das aufgeladen haben Dann müsste theoretisch auch stehen Dass die Blockade zu ist Verstehe nicht, warum wir mit Holster Nicht wieder zurück dürfen Aber Ja, es macht es halt schwerer Weil du einfach sonst Theorisch diesen Hauptweg Zurückbüllern könntest Jedes Mal Das wäre ja voll einfach an sich Sicherlich wird die Route Die wir dann nämlich zurückfahren müssen Sauschwer Und dann werden wir richtig Spaß haben Glaube ich So, wir fahren erstmal noch weiter Da gibt es noch keine richtige Abbiegung Irgendwo zu einem Beobachtungspunkt Wo ich sagen will Da fahre ich jetzt mal rechts rein Im LKW Deswegen so weit es erstmal geht Fahren wir erstmal diesen schönen breiten Weg weiter Möglichst auch rechts halten Damit wir Oder am Rand halten Damit wir an Bäumen uns festziehen können Falls mal ich Scheiße bauen sollte Was, wie wir wissen Sehr unwahrscheinlich ist Passiert eigentlich sehr selten Da vorne ist ein Weg rein Da vorne der Weg rein Dann wird auch der zum Beobachtungspunkt sein Dann nehmen wir den auf jeden Fall mit Weil ich will die Straße hier sehen Ich will sehen, wo ich hinfahre Da hätte ich alles natürlich klar mit dem Jeep machen können Ich bin ein bisschen einfacher hier durchgekommen Aber ich mag hier die Herausforderung So kann man das ja auch nennen Wenn man es nicht unbedingt schwer macht Das ist die Holzausgabe theoretisch Ich weiß nicht, ob man Kann ich mir der Holzausgabe auch Holz holen Oder geht das nur bei einem Ich fahre gleich nochmal hin Wir fahren erstmal kurz zum Beobachtungspunkt Oder fahre ich erst zur Stammausgabe Ich fahre erstmal hier unten zum Beobachtungspunkt Zur Stammausgabe können wir gleich noch fahren Weil ich will mal gucken, ob ich da mir auch Holz holen kann Aber geht das nur bei der Holzausgabe Weil wir haben ja die Holzstation Das ist die Frage Jetzt holen wir erstmal den Beobachtungspunkt hier Irgendwo sein wird Wir fahren nochmal hier rechts rum In die Richtung, die wir fahren, ist ganz gut Oder? Wie ich jetzt behaupte? Wo ist denn das? Ah, fuck, Schaden Stein mitgenommen Ne, warte, wir sind voll am Beobachtungspunkt vorbei Der wird da hinten an der Küste sein Aber da kommen wir ja locker hin Das ist ja kein Ding Wir können ja an der Küste langfahren Das ist ja sogar entspannter als nicht die Straßen fahren Weil der Sand hier ja relativ fest ist Jetzt müssen wir kurz den Hänger mal ein bisschen auf Seite schieben Sonst fahre ich nämlich gleich voll durchs Wasser Das dürfte hier am Rand noch nicht so tief sein, ne? Ne, jetzt auch nicht Okay, ich dachte schon, ich kann da nicht durchfahren Das wäre nämlich ein bisschen lächerlich So, da vorne ist nämlich der Beobachtungspunkt Die nehmen wir nämlich noch schnell mit Weil, wie gesagt, das deckt uns Straßen auf Und Blindfahrt ist echt ungeil Ah, fuck Liegen halt überall Steine, ey Das ist echt nicht schön Die siehst du halt erst dann, wenn es schön rot aufblinkt Dass du Schaden gekriegt hast So Navigationskarte enthüllt Das bringt mich hier schon mal weiter Ah, gut, dann sehen wir schon mal Das hier ist überall Küste Da brauchen wir sowieso nicht lang böllern Ach, hier ist ein LKW Ah, ne, stimmt Die LKWs sehen wir ja auch erst, wenn wir ja Die Sachen entdecken Stimmt ja Weil hier steht nämlich ein LKW Den will ich haben Dann können wir jetzt theoretisch aber hier lang fahren Hier ist eine Stammausgabe und eine Holzstation Dann fahren wir nämlich hier lang Fahren dann hier rüber Auf jeden Fall Obwohl, ich kann auch direkt zurückfahren Weil hier hinten ist auch eine Holzstation Das macht eigentlich keinen Sinn, die anzufahren Wir fahren jetzt erstmal wieder zurück Dann fahren wir hier drauf Und dann fahren wir mal da hin Dann holen wir nämlich den LKW Genau, so fahren wir Genau, wir drehen mal hier Aber das kriegen wir ja locker hin Ist ja am Strand Wir haben ja genug Platz hier Wir haben ja genug Platz hier So, stimmt Die LKWs werden jetzt aufgedeckt Wenn ich die Beobachtungspunkte mitnehme Hatte ich ganz vergessen Sorry, also es gibt doch LKWs hier Ich verbrachte keine LKWs zu entdecken Was soll das denn? Aber wie soll ich mich da auch schon scheißremdlich Bei der LKWs festgefahren habe Obwohl ich bisher nicht der Meinung bin Dass ich das hier groß machen werde Also, klar, die Wege sind böse Aber an sich finde ich die jetzt nicht Au Ah, fuck Scheiß Felsen, Alter Die knallen dir so an den Unterboden die ganze Zeit dran Ah, bitte nicht, bitte nicht Bitte nicht, dich kaputt machen Was für den Unterboden, Alter Wir haben schon 92 Schaden Ich muss echt ein bisschen aufpassen Ist doch voll einfach Keine Probleme Die Karre ist schon halb im Arsch Und der die erste Kurve gefahren ist So, einmal hier lang Dann decken wir nämlich den LKW Und können auch da Holz holen Weil ich brauche nicht zurückfahren Und Holz holen Und dann den Weg mit dem Holz fahren Wenn ich den Weg auch ohne Holz fahren kann Das ist nämlich viel angenehmer Und ich habe nämlich blöde Blödes Gewicht sparen Sind hier Holzflöcke Ah, komme ich vorbei? Ja, alles gut Bisschen angetitscht Aber das darf ich noch So, komm schon, Baby Einmal weiter hier So, steht doch schon ein LKW Den wir entdecken müssen Genau Oh, ist ein Tank-LKW Oh, das ist ja ein Träumchen Dich werde ich auf jeden Fall Natürlich gebrauchen Ich sehe schon Das ist noch einer Habe ich den damit entdeckt Das ist aber wie eine Tank-Ecke Das ist natürlich ein Träumchen Okay, ist der jetzt entdeckt worden? Ja, ob der ist entdeckt Ach, den haben wir noch gar nicht entdeckt Ah, okay Der ist noch gar nicht im Beobachtungspunkt Oh, das war der Truck Der auf dem Beobachtungspunkt War der hier Okay So, jetzt können wir zu dem auch wechseln Hier ist die Holzausgabe Wir fahren mal ganz kurz da hoch Oh, muss ich da eh lang? Ich glaube, ich muss da eh lang, ne? Ja, ja Ja, wir fahren dann gleich vorbei Wir müssen hier eh lang Ist hier noch ein Beobachtungspunkt? Nee, ist keiner, okay Dann gehe ich mal kurz hier hin Ich will mal kurz gucken Ob bei der Stammausgabe Kann ich mir da auch mal ein Lkw vorladen Oder geht das nur da Bei der Holzstation Das interessiert mich jetzt gerade mal Das weiß ich nämlich gerade gar nicht Keine Ahnung, dass ich nur Holzstämme holen kann Wenn ich auch einen Kran oder so drauf Aber es gibt es ja theoretisch Auch hier im Spiel, glaube ich Dann kann man sich selbst beladen Ich gehe mal kurz Wenn ich jetzt hier sage Nee, kann ich nicht holen Okay, also ich brauche schon Auf jeden Fall wie so ein Kran Okay, ja, ja, geht gut Stammausgabe bringt mir Mit meinem Setup, was ich fahre Nichts Weiß ich Bescheid Danke Ich will mal kurz drehen Damit wir die Kranche schon mal Die richtige Richtung haben Weil ich will jetzt nicht mit Holz drauf Falsch rumstehen Dann wird das Lenken nämlich Ein bisschen ungünstig So, jetzt können wir Wir gehen einmal mittellange Stämme Platziere da einen Truck richtig Was heißt denn für dich richtig? Ist der Hänger nicht gerade genug? So, also noch gerade geht jetzt nicht mehr Sehr gut Okay, so Wir haben Holz drauf Das ist schon mal gut Anfang ist es schon mal Jetzt fahren wir erstmal den Weg zurück Wir fahren da hoch So, jetzt fängt nämlich der spaßige Teil an Aber jetzt haben wir nämlich sauvier Gewicht Unschlammige Wege Und ich muss mal gucken So, hier oben will ich den LKB noch kurz freischalten Ich denke mal, die Route ist eh ganz richtig Weil wir können mal jetzt gucken Ist das jetzt zu, die Blockade? Ja, ist jetzt geschlossen Okay, wir kommen also wirklich nur ohne Holz da durch Okay Weiß ich Bescheid Ist der Trick bei der Sache Okay So, dann haben wir da einen LKB Den decken wir natürlich auch mal schnell So, jetzt mal gucken Dass wir hier den Berg hochkommen Das wird eigentlich kein Problem sein Ja, go here Arbeitstier B66 freigeschaltet Sehr gut Dann haben wir wieder einen Truck Mal kurz gucken Was kannst du? Bist du wieder ein Werkstatt Truck? Ah, Werkstatt und Tank Sehr gut Okay, du bist auf jeden Fall meine Rettung Für spätere Zeiten So Wir müssen auf den Weg hier Hier ist noch ein Beobachtungspunkt Den müssten wir eigentlich auch mitnehmen Dann haben wir Ne, hier ist noch ein Beobachtungspunkt Dann haben wir, glaube ich Danach haben wir schon alle Zwei Stück haben wir neu Ich weiß erst mal den Weg hier lang Wir gucken mal, wo wir rauskommen Hier ist eine Straße Sogar eine richtige, ne? Oder ist das ein Fluss? Ne, das ist ein Fluss Das ist ungeil Ähm Fahre ich da rechts durch? Komm ich da auf den Weg? Da vorne geht es im Weg rein Wir fahren mal rechts rum erstmal Ich glaube nicht die direkte Route Aber ich will nicht durch den Fluss eiern Direkt sofort Ich fahre mir erst mal Ich glaube zu dem Beobachtungspunkt Auch wenn das mit Holz hinten dran Ein bisschen kritisch wird, glaube ich Aber wenn da einer vielleicht ist Der könnte mir ungemein helfen Hier alles zu entdecken Und hier zwischendrin haben wir halt Gar keine Wege offen Und ich weiß ja nicht, wo ich lang kann Ist ja auch hier vorne schon Ja krass, der ist gar nicht so weit weg Ne, wir fahren hier direkt wieder darauf zu Das ist natürlich optimal Das ist ja mega geil Ja, da ist er doch schon direkt Geil, okay, super Der war ja echt um Eck Ich hab gedacht, das wäre jetzt Voll die Tortur mit dem LKW Also kommen wir Also auf der Insel hier Kommen wir gut voran Wir haben zwar da noch Sauviel zu tun Weil wir echt viel Holz abliefern müssen Aber ansonsten Schlecht Navigationskarte enthüllt So, ja Ich dachte mir nämlich schon Dass hier ein direkter Weg ist Ah, fuck ja Wir hätten hier theoretisch Durch den Fluss kurz fahren können Das wäre gar nicht mehr so viel gewesen Jetzt fahren wir halt Einen Sau-Umweg Aber, komm, scheiß drauf Den fahren wir trotzdem Das soll mir egal sein Wie gesagt, das ist ein direkter Weg Den können wir auch fahren Den werden wir auch fahren Um Holz wieder zu holen Weil dann fahren wir nämlich hier durch Zur Holzstation Holen Holz Und haben dann das hier mal abgehakt Die Das Sägewerk hier Dann geht es nicht nur um das hintere Das kriegen wir aber auch dann locker hin So, jetzt wollen wir mal kurz gucken Ich mache mir mal kurz ein paar Wegpunkte Damit ich weiß, wie ich fahren muss Genau Und dann müssen wir nämlich hier links Genau Und dann müssen wir da nur durch Da unten hier wird es lustig, glaube ich Weil das sieht nicht so aus Als wäre da irgendwie Eine Befestigung Aber wir schauen mal Wir lassen es mal auf uns zukommen So Dann fahren wir mal weiter mit unserem Baby Hier ist der richtige Weg Hier ist der richtige Weg Ich gebe auch noch einen Weg durch Ja doch, hier geht ein Weg hoch Okay Hier fahren wir hoch Gut Also bisher läuft es hier auf der Insel echt gut Schön viel entdeckt Diese Einbeobachtungspunk fehlt uns noch Wir waren nächste Folge Aber auf jeden Fall Erstmal das Holz für das erste Sägewerk fertig Danach können wir uns den anderen Punkt gerne gönnen Weil der ist sowieso beim Sägewerk, glaube ich Genau Da ist eh das Sägewerk in der Nähe Genau Da müssen wir sowieso hin Deswegen machen wir nächstes Mal Das Sägewerk jetzt fertig Was wir jetzt hier angehen Und dann Der Rauf kümmern wir uns um das andere Dann haben wir auch alle Beobachtungspunkte Also hier, ne Sollen wir sagen Ich bin ein Teil allein Und Hab nichts drauf Ich bin ein richtiger Profi aus mir Matuana Ist ja der Wahnsinn Ich glaub selbst kaum Ah, Steine, Steine Aufpassen Die sind aber nicht schnell genug Also dementsprechend Knallen die nicht unten drunter So, hier müssen wir links Also die Insel ist geil Also dass du halt drumherum wirklich Wasser hast Und so vom Aufbau unterscheidet die sich auch nochmal krass Vom Sumpf Erst sag ich so bei der ersten Optik So, ja gut Ist jetzt der Sumpf nur ein bisschen anders Aber sieht halt schon doch deutlich anders aus Noch anders aufgebaut Und dann ist schon cool auf jeden Fall Die Karte, find ich Ah, fuck, fuck Hier sind überall wieder Steine Ah, Mann, ey Darum muss ich den auf jeden Fall reparieren Beziehungsweise sind ja eh bei der Werkstatt nachher Da können wir die Karre so Sowieso reparieren Was ich eh bald machen darf Wenn ich so weitermache Ah, ja, krass Okay Wir fahren erst an der Werkstatt vorbei Reparieren wir die Karre noch schnell vorher Unser Sägewerk ballern Ich glaube, ich kann mir doch auftanken, ne Ist natürlich auch optimal So, hier einmal kurz durch den Fluss Ah, da vorne ist auch Ah, unsere Werkstatt schon Mein Gott Ey, hier liegen aber auch viele Steine rum Muss man wirklich sagen Das war bei der anderen beim Sumpf nicht so krass Hier musst du halt echt aufpassen Ey, wir haben 140 Schaden allein durch Steine mitbekommen Ja, komm Baby Krass, in der ersten Folge schon Holz geholt Alle Deckungspunkte geholt Holz geholt Ich würde mal sagen Das war eine sehr erfolgreiche Folge, oder? Ja, also ich glaube Ich glaube, dass da kriegt ein Kriegt ein abgedeckt von euch, oder? Das war schon ziemlich gut Denk bitte ein So, mal reparieren wir die Kiste mal kurz Nicht in meine anderen LKWs reinfahren Es wäre ungünstig Ich muss ja nicht alle kaputt machen So, Schaden haben wir behoben Getankt wird er hier leider nicht, ne? Schade, okay Getankt wird er hier leider nicht, okay Tanken müssen wir dann wirklich in der Tankstelle Aber normalerweise sollten wir bei dem Sprit, den wir haben Eigentlich hin und zurück kommen nochmal Glaube ich Hoffe ich Okay, da brauche ich mir keine Map machen Das kriege ich so hin Aber normalerweise, also aus meiner Erfahrung Müsste ich das eigentlich hin und zurück schaffen Alter, das ist ja voll diesig hier, ey Krass Hier ist ja nicht nur ein bisschen dunkel Du siehst aber nichts mehr Ein bisschen dunkel wäre ja okay Wäre der scheiß Nebel nicht Wollt mal ein bisschen aufpassen hier Deswegen fahre ich gerade auch nicht durchs Wasser direkt Weil sonst sinkt man sofort ein Schon am Gas bleiben So, ein bisschen sanfter Jetzt hier hoch So, Sägewerk Da kommt schon dein erstes Holz In der nächsten Folge holen wir das zweite Mal das Holz Dann sind wir mit dem schon fertig Mit dem Sägewerk hier Ich kann mir vorstellen, dass das andere doch mehr tricky wird Aber gut Ah, da kommt wieder unsere Rockmusik Was uns Erfolg verspricht Sehr gut So, und einmal entladen den Shit Yes Bam Vielen Dank im Spunk Der Truck ist nicht beladen Yeah Sägewerk 1 haben wir damit zur Hälfte abgeschlossen Und in der kommenden Folge machen wir das Ganze nochmal Da fahren wir nämlich dann einfach hier diesen Weg Den werden wir nutzen Fahren zum Holzstein So ein Holz Fahren das zurück Und dann haben wir das Sägewerk schon abgeschlossen Und dann geht es auch dann hier rüber zu dem Sägewerk Bam So sieht es aus Ganz einfach Theorisch gehe ich auch immer noch Holz hier holen Rein theoretisch Macht das immer noch Sinn Ja Holz hier holen Und dann hier irgendwie lang Ballern Ja Wir gucken mal Wir gucken mal, ob wir was machen Und wieder bin ich raus für die heutige Folge Wenn es euch gefallen hat Lasst gerne einen Daumen oben da Und wir sehen uns in der kommenden Folge Bei Machuana wieder Bis dann Tschüss 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 Tschüss